Die Kunst des Zuhörens Wer kein Gehör schenkt, ihr Jünger, ist unbefähigt. Wer Gehör schenkt, ist befähigt. Indem er aber befähigt ist, erkennt er eine Wahrheit, durchschaut er eine Wahrheit, überwindet er eine Wahrheit, verwirklicht er eine Wahrheit. Indem er aber eine Wahrheit erkennt, eine Wahrheit durchschaut, eine Wahrheit überwindet und eine Wahrheit verwirklicht, erreicht er die rechte Erlösung. Das aber, ihr Jünger, ist der Zweck der Rede, das der Zweck des Gesprächs, das der Zweck der Fähigkeit, das der Zweck des Gehör schenkens, nämlich die haftlose Gemütserlösung. Beihör schenkende Zuhörens Isang werden kann, auch in diesemекте, nicht mehr oder wie das Gerät bewerten Sie. Aber die Frau hat wieder Chat resistant,